Ja Leute, war's gut ab. Heute machen wir den zweiten Teil und genießt das Video. Ich hoffe, ihr werdet euch ablöchern. Warte, noch besser machen. Ja, und jetzt geht's so. Jetzt geht es schon los. Loops. Das ist jetzt wieder los. Ich bin der Letzte, warum ich gesehen habe, dass du kein Loops bist. Ja, und du bist auch ein... Du bist auch... Ja, ich weiß nicht, dass ich das nicht gestoppt habe. Ach so, scheiße, hiermit. Was ich da drüber mache? Warte mal. Die ist auch mal schon gekocht. Ich stehe oben, ich schau mal. Ja, es geht sich leider. Es geht sich ja eh aus. Oh mein Gott, ich kann mal Kierkohle, das ist ja praktisch aus. Oh, ich bin schon mal draufgekommen. Scheiße, ich komme da. Wegen dir, Markus. Halt's mal. Ja, deswegen sitzt du irgendwie nicht. Keine Kierkohle, ich sehe auch schon mal drüber. Havara, ich kann nicht sprinten, danke. Havara, kannst du zuerst fahren, ich bin, du hast. Bei deiner Mutter. Hä, doll auf die Tassen drücken. Danke, Pistole. Das ist gar nichts, habe ich noch. War ab und schon auf dem Dach, auf dem Dörrissbrüchen. Du musst auf den blauen Punkt schlagen. Ja, ich weiß, ich höre. Der ist ja von Season 1, der Spieler. Oh, geil. Ja, das ist ein Schocker. Und, äh, das ist ein Schocker. Ich will, der krieg... Also, du rückst dich um und stirbst gleich wieder mal. Das ist ein Schocker. Dein Mord. Wirft gerade noch mal. Äh, ich hab dich... Was soll ich? Was soll ich? Was soll ich noch mal drei Minuten Zeit? Äh, noch davon planten? Na, hab ich ja noch. Na, was ist denn? Du wohnsohn! Boah, Herr... Havara, ich filmte hier eh nicht. Das ist ja im Haus, das ist ja im Haus. Da oder? Na, was geht der? Doch sicher, da war wer drin. Deine Kinder spielen fort nicht, dem 3G. Boah, Junge, da oben... Im oberen Stock war auch noch das Liedernis. Na, ich weiß nicht. Das ist ja auch eine Gäuble. Häuschen. Oh, AKM. War ja, was hast du gegen den AK-Simmerfüß? Oh, noch eine AKM, aber... Aber einmal nur. Äh, da auch. Du, komm mal, Alt und F4. Havara, na. Havara, was hieß denn Havara? Klär mal, ha? Havara ist eine Beleidigung. Okay, ich darf's niemandem fort nicht spielen. Havara? Na, doch, Havara, wo ist die? Der Böck hat da, wo bist du? Rob, das ist ja auch nicht möglich. Jungen! Ihr seid ja in der Nähe, so ist der Fisch. Ich hab mich im Kessel-Simmerfüß. Und ich sag' ich da eurer Schwester, ne? Euer Erfolgetist. Und ich stelle dir den YouTube einweg, oder? Wie ernst ist das? Ja, passt bei mir, ne? Ja. Oh Gott, die wäre lieb zu lange, wenn er die jetzt, wenn du, wenn du jetzt im Leben wirst. Oh, es geht nicht. Dann. Oh, das sind nur so verschwitzt, seit einem zum Schluss. Nein. Ja. Da kann man nicht das dritte werden. Also bei mir, also wenn man acht geht. Also, ich weiß nicht, wie ich schlecht bin. Ach, geht's nicht. Ja, das ist viel gut. Ach, geht's schon nicht. Ja, aber, weißt du, wie ich bei dem Turm dort oben bin. Ich bin, wow, weißt du. Ach, komm, die, diese Ausnahme, die, die macht ja auch kein Ursch, ne? Ich weiß nicht, wie man eine Truhe öffnet. Ob du mal deine Truhe öffnen, hm? Boah, lieb. Ich habe mein Leben verloren, oh mein. Bist du auch schon mal draufgekommen, hm? Halt die Pappe, hast du gesagt. Da gibt's ja auch Glück. Ja, Mann, da gibt's ja immer noch den Strick 17, okay? Ach, du sollst bauen. Bist du so dumm? Okay, der ist dumm in Fortnite, man sieht's. Der nimmt einfach. Das ist schwer. Das war's auch schon mit dem Video. Dann mach ich mal aus.